Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Super Smash Brothers for Wii U. Heute haben wir uns gedacht, wir wollen mal ein richtig langes Match, zwölf Minuten uns einfach nur gegenseitig die Fresse polieren. Ja, also der Hanky ist mit dabei, der ist jetzt gerade noch so ein bisschen still. Hallo, mit Amiibo-Figuren. Nee, ohne Amiibo-Figuren. Achso. Im Online-Mode kann man kein Amiibo, ist leider nicht, ja. Und, ähm, ja, ich werde heute mal gucken, wen ich nehme. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Nämlich Captain Falcon, mit dem war ich ja bisher eigentlich immer sehr gut gefahren. Oder Gennendorf. Boah, da habe ich nur verloren. Was mit Captain Falcon? Ja, wenn du Captain Falcon gespielt hast. So, und wir haben zwei Computer dabei mit der Stufe 9 und natürlich auch wieder Gegenstand. Das heißt, es wird jetzt richtig böse. Und mal gucken, was in zwölf Minuten alles passieren kann. So, Level. Machen wir wieder Zufall, oder? Ja. Wir wollen es wissen. Eigentlich cool. Zwölf Minuten brutales Aufeinanderschlagen. I'm ready. Oh. Ich auch. Hm. Ich bin hier auch. Oh. Ah. Wow. Oh. Du hast keinen Schaden. Oh. Oh. Bei irgendwie Encounter. Nein, 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 nein. 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 Nein, 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 nein. Scheiße. Ich will das halt... Oh. Was so für ein Smash? Oh, oh. Dr. Kawashima. Oh, mein Gott. Oh. Oh. Puh. Oh. Mich hat er nicht. Mich hat er nicht. Aber hier sind Zahlen. Hier rumfliegen. Ähm, okay, jetzt hat er mich. Okay, jetzt hau ich aber mal ab. Oh. Nein. Nein. Ich bin draußen. Ich auch, aber eiskalt. Oh, da hat jemand Gehirn gerufen. Oh, Gehirn. Gehirn ist ganz groß. Gehirn macht böse Auer. Oh. Oh nein. Und Mopsi. Nein. Oh. Oh, Alter. Ich bin Pokoball. Ich krieg einfach keinen. Oh, ich bin gefahren. Oh, oh, oh. Oh nein. Oh, wieder tot. Oh. Kriegen wir hier. Oh, ich hab ne Trophäe. Ja, ich hab ne Trophäe. Na toll. Oh. Meiner. Meiner. Oh nein. Nein, nein, nein. Ich bin... Nein. Oh, verdammt, ey. Oh, nee. Latius. Ein Latias. Oh. Was, wo bin ich? Ach, da bin ich. Boah, ich hab überhaupt grad... Was hier ja nur? Alter, Mopsi. Oh. Von links nach rechts, von oben nach unten. Und draußen. Nein. Hallo. Hallo. Oh. Ich seh hier gar nix. Oh. Ich bin ich, da bin ich, da bin ich, da bin ich. Nein. Oh, draußen bist du. Nein. Und wieder ein schwarzes Loch. Ich glaub's nicht. Oh. Ja, ich hab nen Kill. Nein, ernsthaft? Ja. Ich glaub schon, mein zweiter. Oh nein. Ich seh hier eigentlich fast gar nix, ey. Oh. Boah. Oh. Du Gold, nee. Nein, ich will den. Oh. Boom. Oh. Nein, 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 nein. Ich hab dich getötet und selber runtergefallen, weil ich mich drauf abgetappt. Oh, verdammt. Oh. Oh. Nein, nein, nein. Boah, ich hab's echt noch geschafft. Boing. Boing. Ich hab ihn mitgenommen, aber ich will nicht. Oh nein. Ja, Majoras Mask. Wirst du dir das Spiel eigentlich holen für den 3DS? Ich seh alles unsichtbar. Ja. Und ja, ich weiß, wie wir wollen. Echt? Okay. Das ist also nicht damals auf dem N64 gespielt. Ich hab meinen ersten Pokéball. Ich hab meinen ersten Pokéball. Aber das Spielwerk ist cool. Hat noch gar keinen. Oh nein, nicht schon wieder Mopsi. Was denn da für ein Typ? Was, der Mopsi? Nein, so ein Kind. Äh, ein erster Pokéball. Na, Computer da. Oh. Oh, welcher Griff. Nein. Oh. Blöder, blöder, blöder Reizu. Nein. Oh. Oh nein. Bin ich schon wieder der. Bin ich schon wieder. Bin ich schon wieder. Boah. Noch lebe ich. Ja, 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 ja. Ich bin weg. Nein. Noch lebe ich. Ich hab ihn alle weg. Okay, ich hab's überlebt. Ich bin doch weg. Ich glaub diesmal werden wir hier nicht gerade sehr gut draus gehen. Ja. Ja, geil. Ich bin eingefroren. Ich bin dem Pokéball da. Jetzt hau ab. Danke. Danke. Oh, genau. Palkia. Oh nein. Oh nein. Oh, geil. Ich bleib mal hier stehen. Die Pokémons machen das. Nein, alles verkehrt. Oh. Weg hier, weg hier. Ich will euch nicht. Wow. Wow. Oh. Ja, meiner. Aha. Cool. Das kenn ich sogar. Okay. Ich glaub ich ein neues Blanky. Oh, trof hier. Den will ich. Trof hier. Nein. 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 Oh nein. Oh nein. Katze. Oder ein Hund. Ja, ein Hund. Nintendogs. Na super. Ich seh gar nichts. Ich auch nicht. Aber jetzt ist er weg. Oh. Oh nein. Er hat einfach mal jeden mitgenommen. Ja. Also du. Du warst das. Wurde auch mal Zeit, oder? Alter. Oh, bei mir lag das gerade. Wo kommt mir jetzt gerade der extreme Lag her? Oh, ho, ho, ho. Okay. Alles in Zeitlupe. Alter. Ich glaube, dass das Spiel gerade ein bisschen überfordert. Oh, ein Relax. Kann gut sein, ja. Oh. Oh. Also Mops. Oh, gerade meiner, meiner, meiner. Na los, Mops. Ich schnapp dir einen von denen. Ich nicht. Boah. Schick hier. Oh nein. Nein. So. Schön. Oh nein, die Hexe. Das ist Kamek, nicht die Hexe. Hallo. Du hast ja eine Ahnung, ey. Wilder Schwede. Wann ist es eigentlich bei dir so weit mit Kaiso Mario, hä? Fangen wir mal hier so ein bisschen an dem Wald zu reden. Jetzt haben wir ja mal so ein bisschen die Zeit dazu. Ich hab die ganze Zeit vor, es aufzunehmen. Ist auch alles bereit, aber... Ja. Oh nein, hat mir nicht erst mal schön rausgehauen. Oh nein, jetzt hagelt es oder regnet es. Oh, nicht schon wieder, du. Oh. Das geht so nix. Jetzt hat ich auch noch dich erwischt, ne? Ja. Und das zweite Mal. Wilde ihn auch mal. Haha. Aber ich sag mal so, die Zeit ist noch gut. Oh, wollte bald. Oh, meiner. Ah. Nein, 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 nein. Ja. Mario. Verdammt, ich glaub's nicht. Oh, boom. Und boom. Ach nee, das war's nicht gerade nicht gut. Jetzt aber. Meiner. Okay. Oh. Nein, 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 Mopsi. Oh nein, ich hab den vollgehauen. Hau ab. Hau ab, du Tier. Oh. Und zack. Ja, zum Glück war's Mopsi und ich nicht. Ja, aber er ist weg. Oh nein, 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 ich komm hier nicht weg. Oh, ein Reitschuh. Glaub ich, ist das doch, oder? Oh, hab ich ein Glück. Ich dachte gerade, okay. Ich muss ja eigentlich immer erst den Knopf drücken, damit das Mikro aufgenommen wird. Aber irgendwie ist der angewiesen. Aber okay, wär auch komisch. Ich hab nämlich über... Oh, wer wurde denn da gerade? ...hetzt halt keinen Sound gehört. Oh, boom. Oh, nein, nein, nein. Ich bin aufregend. Ich bin aufregend. Oh. Der Toll. Ich hab' gebeten. Du was. Hoho. Oh, oh. Ja. Oh nein. Der Kettenhund. Der Kettenhund des Verderbens. Hau ihn weg. Ich kann ihn nicht weghauen. Oh. Komm schon, jetzt aber, jetzt aber. Sei mit mir, mein Glück. Sei mit mir. Nein. Das gibt's auch nicht. Wie geil. Ich schau ja ab. Du killst mich nicht. Nein, ich hab keinen erwischt. Ich hab mich in die falsche Richtung gedreht. Oh nein. Was ist das denn? Springen? Hä? Da steht über meinen Namen was. Spiele 1, ja. Was denn? Ich bin grün. Ich hab'n Kopf beschworen. Was? Ich muss springen? Ja, ich springe doch. Und jetzt? Und jetzt? Nee. Ach, du hast verschiedene Kampfstile. Wie kannst du ändern bei dem? Ja, das... Das hab ich gerade eben. erst gemerkt. Was ist das denn? Ich bin tot. Boah, verdammt. Wie mich dieser Endivie gerade richtig schön verprügelt hat, ja? Und ich überhaupt nicht wegkam. Oh, oh, oh. Ich will den. Oh. Und schon wieder. Was ist das? Jetzt hast du Schild aktiv. Oh, Schild. Oh, 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 oh. Nein. Oh, oh. Kommt. Oh, Längder des Pokemon. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, 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 oh. Oh. Oh, ich krieg auch keins mehr ab. Oh. Kein Pokeball. Nein. Ich will den. Oh. Oh, cool. Was hab ich gedacht? Hubert. Ah, nee. Doch nicht. Was ist das? Oh. Ja, kick mich hoch zu denen, ey. Oh, der hat gesessen. Der verstiebt ist. Oh, nein. Kommt schon. Oh. Alle haben 100%. Ho, 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 ho. Meine Chance, Kills abzustauben. Das mach ich schon. Ja, ich hab dich. Oh. Oh. Ah, das ist mega. Egal, ich will den Smashball. Au, zieh, hau ab. Auch den Smashball. Ja, du. Ja, du. Ey, das gibt's doch nicht. Das dritte Mal. Und immerhin. Wie war das mit den Kids? So. Ich schick. Oh, nein, nein. Oh, perfekt. Jetzt lass mich hier nur noch frei. Danke. Ich hab den hier so wenig. Okay. Lucina, oder wie die heißt. Die hat 140. 160, die muss raus. Ja, ich hab da unten. Und. Komm, jetzt aber. Nein, nicht auf mich. Mein Gott. Oh, zwei getroffen. Oh, 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 oh. Oh, 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 Mist. Oh, nein, 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 nein. Boom, boom. Ach, boom. Boom. Zum Glück, nur noch unten gehauen. So viele hier. Boom. Boom. Boom, vollkommen in den Rücken, ne? Oh, oh, oh. Boom. Hihi, hihi. Greifel, so. Oh, jetzt haut er mal aber rein, ey. Jetzt haut er aber mal einen raus. Ja. Oh nein. Laserstrahl, ich bin weg. Nein. Nein. Nein, nein, 30 Sekunden noch. Ich bin schon wieder so gut wie groß. Oh, boom. Boah. Komm, dann töte ich dich eben noch. Lass mich dich eben töten. Nein. Oh nein, nein, doofes Dark Eye, doofes Dark Eye. Nein. Oh nein. Von links nach rechts. Oh, jetzt bin ich eingefroren. Und? Oh. Schade. Ich hab's überlebt. Schade, schade. Liebe Leute, und der Gewinner ist ganz sicher keiner von uns beiden. Lucina. Ist Lucina, oh mein Gott. Alter, du bist schon auf Platz 4. Was? Was? Ich hab 17 Kills. Hä, warum bin ich dann nicht erster? Ganz oft nur wegen Methoden? Ja. Alter, guck mich mal an, wie schlecht ich abgeschnitten hab. Okay, liebe Leute, wenn euch das Spaß gemacht hat und ihr öfter mal so längere Kämpfe sehen wollt oder selber mal mit dran teilnehmen wollt, schreibt uns an. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss, tschüss. Ciao.